position halten so ist ja das ist mir schon klar gut die haben wir dann ach doch immer noch was die regenerieren sich die setzen wir mit dazu so position halten der ist noch im aufbau ja ich komme gleich so sehr schön sehr sehr schön sehr sehr schön ich smash ich in grund und bote dass man dennoch doch weg habe ist irgendwie auszuhalten ja und wie sieht es aus 1 2 3 4 5 6 einer machen wir dann noch einer machen wir noch und dann werde ich mal langsam den typi da oben wir mal vorknöpfe ich nehme schon wieder über stunden schon 50 minuten auf wenn er über eine stunde gesagt so der da braucht noch ein bisschen der ist auch sehr schön panzerung könnte man vielleicht noch machen so jetzt haben wir das muss man nur kurz speichern so jetzt bin ich mal da hoch ob macht den weg gut uff 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 so die mama weg so das ist weg das ist weg also und zu vernichten haben die 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 Und schon ein Blick würde euch in die schweilende Asche verwandeln. Ihr und eure Art amüsiert euch nicht mehr. Bereitet euch auf die Umarmung des ewigen Vermissens vor. Okay. Das war ja mal eine Unterhaltung. So, das machen wir mal weg. Na, der ist erschöpft. Der bringt mir auch herzlich wenig. Da ist noch einer. So. Halt! Weg mit! Ja, ich seh's. Jetzt verliere ich gleich ein paar Wächter. Scheiße. Hopp, mach ihn weg. So, gut. Jetzt nochmal speichern. So, was ich jetzt noch brauche, sind wieder ein paar Larven. Wieder ein paar von denen. Und was? Das ist ein blauer. Scheiße. Scheiße. Mist, ey. Mist. Äh, Moment. Da könnte ich noch was hinsetzen. Jetzt müsste ich aber erst einmal noch von der Overlords schnellere Transport muss ich noch ausrüste. So. Panzerung könnte man noch machen. Was spricht der Vespin-Geysir? Der hat noch genug. Die lassen wir mal noch da. Da ist noch was, was ich wegmachen könnte. Und auch werde. So. Davon kann man noch drei machen. So, die stacken wir mal wieder auf neun. So. Und. Ah. Sehr schön. Gut. Die stacken wir mal auf acht. Da haben wir noch ein paar. Die lasse ich auch nochmal hier. Gut. Jetzt. Was wollte ich jetzt noch machen? Da könnte man nichts mehr machen. Das ist noch in der Entwicklung. Das ist auch noch in der Entwicklung. Schnellere Overlord-Bewegung. Wäre vielleicht auch. Nicht so verkehrt. Weil ich will da. Ich will da hin. Ist da noch was? Da ist noch so. So kleines bisschen. Was ich aber auch relativ flott wegkriege. wäre. Sehr schön. So. Gut. Dann. Schnellere Overlord-Bewegung. Das will ich auch noch machen. So. Du. Das ist denn dort. Wo ich hier sitze. Gut. Steuerung. Neun. Habe ich gesagt. 18. Die hier. Du gehst mal da rein. Zack. Du gehst mal da mit da noch. Hi. Der Witzker. Na. Ja. Der hat noch was. Sehr schön. Das ladst du denn da mal da aus. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist denn der durch die Kummer? Also. Freunde. Freunde. Was zum Teufel. Hopp. Wo kommen die jetzt auf einmal her? Wachen weg. Ich will hier keine Habe. So. Passt. Gut. Jetzt. Schicke mal die mal wieder zurück. Der hat uns ausgeladen. Jetzt brauchen wir hier sowas. Flup. 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 Äh. Die Evolution fertig. Ja. Sehr schön. So. Jetzt. Ihr. Dendo. Flup. 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 Kann auch einer aufnehmen. Ja. Einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Da kann ich den Sichtradius noch ein bisschen erweitern. Und da ist nichts mehr. Auch gut. Ich halte mich trotzdem noch ein bisschen fern. Weil der ist ja erschöpft. Den hat der Anahe schon leer gemacht. Der Kaspargob. So. Du. Dahin. Zack. 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 Gut. Jetzt warten wir mal, bis der da leer ist. Was wir machen könnten. Gut. Ihr drei. Dahin. So. Freunde. Da unten. Das ist noch okay. Das ist noch okay. Was haben wir hier? Hier haben wir noch drei. Äh. Na doch. Drei. Ja. Hab ich doch richtig gezählt. Zählen kann ich noch. Sehr schön. So. Und ihr drei. Ihr geht da rein. So. Ansonsten. Die schöpfen noch Chervis Piengas. Können sie ja auch machen. Der ist zwar erschöpft. Aber das ist mir relativ rille. So. Das rüste man noch auf. Da geht nix mehr. Da geht nix mehr. Eingraben könnte ich eigentlich auch nochmal machen. Das hab ich auch noch gar nicht gemacht. Die kennen sich nicht. Ei-Budle. Das ist okay. So. Freunde. Speichern. Speichern. Okay. Vier Stück brauchen wir noch. Dann mach ich das hier. Das bissl doch noch weg. Jetzt juckt mal wieder der Kopf. Dann werde ich mal gucken. Was sich da unten hinter Türnummer. Oder hinter Vorhang. Hinter Schwarzen verbirgt. Evolution abgeschlossen. Sehr schön. So. Unsere Streitkraft in den Angriffen. Lass den Blödsinn. So. Gut. Gut. Äh. Was wollte ich jetzt? Da oben. Da haben wir das. Da haben wir... Das. Einer wollte ich noch machen. Genau. Hopp. Komm her. Einer wollte ich noch. So. Der Rest machen wir wieder zwei Overlords. Ob das dann kein Fehler ist, die Doidsmutter wegzumachen. Wir werden sehen. Weil am meisten wird es wahrscheinlich hier verstecke. Ich kenne doch den Kasper. gut. 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 Ich gucke jetzt mal da hin. Gut. Flupp. Steuerung und neun. Äh. Hallo? Steuerung und neun. So. Acht sind die da oben. Neun ist hier. So. Warte mal. Ich will jetzt erstmal noch das da alles weg machen. Was hier ist. Weil hier ist noch was. Das ist weg. Das ist weg. Hopp. Macht der Nahe noch weg. So. Gut. Jetzt will ich mal weiter in dem Eck da hinten mal gucken. Fliegt man jetzt so schnell voraus. Ich weiß nicht was da hinten in dem Eck da auf uns wartet. Kann nämlich auch sein dass da eine böse Überraschung ist. Sehr gut. Ah ja. Da ist er. Da ist der blaue. Okay. Ja. 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 Da ist der blaue. Jetzt klingelt schon wieder dieses doofe Telefon. Schon zum zweiten Mal heute. Weil mich in der Aufnahme stört. Da ist doch. Ah. Guck mal. Warte mal. Da habe ich doch auch noch. So. Okay. Steuerung neun. Acht. Hämmer hier. Gut. Aber ich will hier ohne. Nichts unbewachtlos. Solange der blaue hier da noch da ist. Mhm. Ich habe es gesehen. So. Gut. Position halten. Erstmal warte bis die sich wieder ein bisschen regeneriert haben. Die zwei da. Oder drei. Und dann gehe ich da runter und mache mal. Alter. Scheiße. Scheiße. Ja. Ja. Alter, ich muss den Penner platt machen. Das geht so nicht. Ja, ist schon gut. Meine Herren. Ah, das Level hier, das hat es schon in sich. Muss ich ehrlich mal sagen. So. Du bleibst mal hier. Neun. So, jetzt speichern wir nochmal. So, jetzt gehe ich mal da runter. Und schnapp mir mal noch den da. So. Ist das doch noch weg? So rennt noch einer rum. Den sehe ich leider nicht. Leider. So. Die machen wir weg. Der ist weg. Ob macht das Shuttle da oder was es da ist weg. So. Jetzt will ich das doch noch weg haben. Da sind wir schon wieder zwei verloren. So, dann haben wir noch den blauen da unten. Oh. Hoppala. Dann habe ich ja ganz übersehen, dass da auch noch was ist. Ups. So, da oben, da ist ja nichts mehr. Jetzt haben wir wahrscheinlich nur noch den blauen. Wuff, wuff. Kaboom. Klingt wie das Vieh aus The Book of Unwritten Tales. Wuff, wuff. Oh, wo kommen denn die auf immer alle her? Weg, 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 weg. Verpisst euch. Hopp. Haut ab. Scheiße. Ich verliere hier massig Wächter. Hopp hoch. Ja, ich sehe es doch. Mist. Glück gehabt. Gut. Noch mal kurz speichern. So. Jetzt machen wir folgendes. Jetzt nehme ich da mal wieder ein paar. Na, da unten. Da ist aber kein Geysir. So. Jetzt machen wir noch ein paar. Weil das ist nur das kleine Fleckchen da. Das kleine Pupselfleckchen da. Und dann ist er weg. Zuh. Ich könnte ja eigentlich mit allem angreifen, was ich habe. So. Upgradet ist alles. Sehr gut. Ihr dahin. Bei Wächter müssen sich noch ein bisschen... Wohl eigentlich könnte ich ja... Steuerung und Acht. Neun sind die. Eigentlich könnte ich die drei jetzt auch noch zu Wächter ausbilden. Das sollte eigentlich noch reichen. Da passiert, denke ich, noch nichts. Da habe ich noch nichts. Ah. Sehr schön. Da haben wir drei. Da machen wir noch mal drei. Da machen wir noch drei Overlords. Warum? Weil wir es können. So. Die drei will ich zu Wächter ausbilden. Und dann komme ich einmal von oben und einmal von rechts. Fertig. Unsere Streitkräfte haben wir gegriffen. Hier, da, weg. Na gut. Ich meine, hier gibt es keine Mineralien mehr. Der ist eh erschöpft. Kann ich das mal verschmerzen? Sehr schön. So, Freund. Jetzt schnappe ich mal mal den. Ja, du, du, du. Oh. Gut. So, acht. Geht mal da hin. So, Position halten. So, Steuerung und neun. Das sind die. Was haben wir hier? Gut. Wie viel haben wir hier? Drei. Ah, der regeneriert sich. Macht da mal doch keinen Kopf. So. Jetzt habe ich hier noch drei. So, die wäsch... Die bilden wir jetzt auch noch zu Wächtern aus. So, wie viel haben wir hier? Sechs. Neun. Sieben. Dann gehe ich mal auf beiden Seiten von dem Uffen los. So, nochmal speichern. Na komm. Ah, ha, 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 ha. So. Hier geht man auch noch mit dazu. Einer fehlt. Ach, ist aber eigentlich wurscht. Neun. Acht. Sieben. Und dafür brauche ich noch drei. Und dann passt es. Dann mache ich nass. Der Overlord da. Der steht noch da. Das ist gut. Oh, Mann. Was immer so lang wäre, muss hier mit dem... So. Du bist hier. Ich bin hier. Du bist hier. So, das ist sieben. Steuerung und sieben. Na, Anna fehlt. Machen wir noch Anna. Dann geht's runter. Was? Was, was, was? Habt ihr doch was gesehen? Jetzt sehe ich dich. Jetzt habe ich dich gesehen. Gut. Du wirst jetzt noch metamorphiert. Dann geht's runter. Dieses kleine Fleckchen hier, den werde ich doch wohl wegkriege. War doch gelacht, wär nett. So, ja. Das ist ja dann die Neuen. So. Steuerung. Neun. Menü. Speichern. Okay. So. Ihr geht mal von der Seite ran. Ah, ist doch schön. Oh, oh. Kann jetzt nicht. Papa hat zu kämpfen. So. Weg mit. Weg mit. Ah, ich liebe Luftangriffe. So. Das machen wir weg. So. Ja, die büßen hier ganz schön. Ei. Ist aber okay. Bring. Weg. 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 Stunde zwölf. Boah, das wird immer länger. Das sind mal Plätzchen. Eine Stunde zehn haben wir gemacht. Aclé, Stamm. Sargas, Stamm. Tja, da war ich wohl besser. 178 Einheiten produziert, 131 vernichtet. Hm, 94 verloren. Ich hab nur ein Gebäude verloren. Das ist ja geil. 49 vernichtet, 19 erbaut. Tja. Da waren wir wohl besser. Ja, gut. Na denn. Das reicht mal wieder für StarCraft für heute. Ich werd's wahrscheinlich wieder in zwei, drei Parts schneiden. Wahrscheinlich eher in drei. Ich hoffe, ihr hattet dennoch Spaß. Auch wenn's ein bisschen wieder mal langgezogen wird, wie so ein Kaugummi. Ist aber wurscht. Muss halt eben sein. So sind halt eben so Strategiespiele. Wird mich dennoch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Nachmittag, schönen Abend, wann immer ihr die Folge seht. Und sage Adios. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.